Ja, hi Fans! Heute mal wieder bei einem Unboxing. Ich denke, das müsste Teil 3 sein, oder? Aber so viele Leute haben in die Kommentare geschrieben, dass ihr das richtig gut fandet. Und mir macht das auch Spaß. Also Teil 3. So, was haben wir denn hier Schönes? Schon mal ein paar riesengroße Tüten. Was haben wir denn Schönes? Oh, wunderbar, ein Fuchsgesicht. Noch ein ganz kleiner Vertreter. Lasst euch davon aber nicht täuschen. Die Tiere werden relativ groß. Also so ein Fuchsgesicht ist für Aquarien ab 1000 Liter okay. Kleiner wirklich nicht. Ganz viele Leute meinen, weil das ein super guter, ja wie soll ich sagen, Problemlöser ist. Der frisst nämlich mit Vorliebe auch Kugelalgen. Dass die den dann in kleine Aquarien setzen und nachher, wenn er dann groß ist, dann weitervermitteln. Denken sich leider viel zu viele Leute. Das heißt, ihr werdet nachher ein Problem haben, so ein großes Tier loszuwerden. Also schafft euch den bitte nur an, wenn euer Aquarium 1000 Liter plus beinhaltet. Aber falls ja, wunderschöner, richtig toller Fisch, der jetzt hier gerade noch eine ganz, ganz andere Färbung hat als normal. Weil der jetzt gerade natürlich ein bisschen Schiss hat in der Tüte. Aber sobald er gleich in den Aquarien ist, wird er wieder in wunderschönen Leuchtengelb erstrahlen. Ja, Fuchsgesicht, da habe ich ja damals mit dem Chef im Video drüber diskutiert. Weil ich gesagt habe, der sieht doch eher aus wie ein Dachsgesicht, weil er ein schwarz-weiß gestreiftes Gesicht hat. An einen Fuchs erinnert der mich eher so gar nicht. Also warum Fuchsgesicht? Wir können es ja noch mehr verwirren. Die Familie der Fuchsgesichter heißt Kaninchenfische. Ja, was hat der denn bitte von einem Kaninchen? Wunderschöner, groß werdender Fisch. Für große Aquarien ein toller Problemlöser. Dann gucken wir mal die nächsten. Ah, schön. Eine Krabbenaugenbaggergrundel. Wunder, wunderschöne, kleine. Ich sage es schon wieder, wie in jedem Video. Wunder, wunderschön. Nach meinem Empfinden. Einer der schönsten kleinen Baggergrundeln. Die sehen wirklich toll aus. Deshalb Krabbenaugen, weil die hier oben solche, wie so zwei kleine Faunaugen in den Flossen drin haben. Der Fisch wird nicht besonders groß. Der bleibt also relativ klein und sorgt immer dafür, dass in kleinen Aquarien der Bodengrund richtig schön sauber weiß bleibt. Man sollte dann natürlich in dem Aquarium Sand haben. Nicht wie in so einem manch einen modernen Meerwasser-Aquarium. So, wie wir dennten, sondern auch gleich Bearbottom. Diese Aquarien ohne Bodengrund. Da wäre natürlich so eine Baggergrundel vollkommen fehl am Platz. Die möchte gerne den ganzen Tag den Sand ein bisschen durchkauen. Und das Schöne ist, bei der auch, im Gegensatz zu manch einer anderen Baggergrundel, die steigen nicht besonders hoch. Die nehmen sich also die Schnauze voll Sand, kauen den sauber und lassen den durch die Kiemen wieder rausrieseln, ohne dabei aufzusteigen. Manch eine andere Baggergrundel, die steigt dann halt wirklich übers Riff und lässt alles durchrieseln. Die Korallen finden das nicht ganz so witzig. Die bleibt dafür am Boden sitzen und ist halt auch für kleine Aquarien super gut geeignet. Und eigentlich auch noch so ein Fisch, wo ich immer mal überlegt habe, der fehlt auch noch in meinem Aquarium. Eigentlich jetzt bis auf so eine schöne kleine Baggergrundel bin ich mit meinem Aquarium absolut komplett. Also ich habe eine richtige Wischlist gehabt, weil ich wusste ganz genau, was an Korallen und Fische einziehen soll. Und die sind mittlerweile auch alle eingezogen. Also ich bin schwer glücklich mit dem Aquarium. Aber vielleicht so eine kleine Baggergrundel. Ja, und Korallen kann man nicht genug haben. Also derjenige, der sagt, mein Aquarium ist voll, ich kann keine Koralle mehr. Man braucht nur das Aquarium. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Kugelfisch, der aber sich wohl erschrocken hat und sich gerade aufgebläht hat. Den werden wir mal gleich ganz schnell in die Anlage eingewöhnen, damit die überschüssige Luft wieder los wird. Den gebe ich direkt mal weiter. Kai? So, Dr. Kai ist gekommen und versorgt den Fisch. Also keine Panik, dem geht es gut. Der hat nur wahrscheinlich sich irgendwo vor erschrocken oder wie auch immer und hat sich dann aufgebläht. Und hat ganz, ganz viel Luft geschluckt, damit er halt wie so ein Kugelfisch seinen kleinen Ballon macht. Also der Kai wird ihn jetzt sofort relativ dunkel in die Styroporbox und dann langsam in die Anlage eingewöhnen. Ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, wie man Fische richtig eingewöhnt, kann ich euch natürlich auch gerne nochmal zeigen. Ist nämlich kein Patentrezept, sondern da spielen viele Faktoren eine Rolle, wann wie richtig angeglichen werden sollte. Also da können wir gerne auch nochmal ein Video drüber machen. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, wenn ihr da Lust drauf habt. Dann machen wir mal ein Fische richtig eingewöhnen Video. Also für den Kugelfisch ist es wirklich jetzt nicht gefährlich, sich aufzupusten. Das ist ja im Grunde genommen sein Schutzmechanismus. Deshalb ist ja das, was den Kugelfisch auch ausmacht. Dass er sich dann aufbläht, um größer zu wirken, um nicht gefressen werden zu können. Der weiß ja nicht, dass er jetzt ein schönes neues Zuhause einzieht. Soll ich da wirklich nochmal drüber erzählen? Ich meine, im letzten Video hatte ich auch Flammenkaiser drin. Ihr wisst, dass ich die wunder, wunder, wunderschön finde. Ich habe jetzt natürlich auch Fische bestellt, die wir brauchen, die wir aber schon hatten. Ah, ein kleiner Grammar Loretto. Das ist ein kleiner Königsfeenbarsch oder auch Grammar Loretto genannt. Also so ist der Lateinname. Ist auch ein ganz, ganz toller, relativ friedlicher Fisch für kleine Aquarien. Habe ich selber bei mir auch ein Pärchen drin. Gehörte auch auf meine absolute Must-Have-Liste. Meine Frau nennt die immer saure Zunge. Ja, weil wie die an der Bude, die Süßigkeit vorne, lila hinten gelb. Die sind zwar motorisch schlecht gelaunt, aber die tun halt keinem Fisch was. Selbst wenn die Putzergarnele ankommt und ihn putzen möchte, dann reist er da Maul auf und droht und tut und macht. Aber der tut nichts. Der ist wirklich, wirklich friedlich. Natürlich muss man aufpassen, mit Nahverwandten würde ich den jetzt nicht vergesellschaften. Aber ansonsten ist das wirklich ein unproblematischer, wunderschöner kleiner Fisch, der auch an fast jegliches Ersatzfutter drangeht. Kann man übrigens auch super im Pärchen halten. Sind Geschlechtswandler. Das heißt, wenn ihr den in solch einer kleinen Größe kriegt, dann ist das auch relativ unproblematisch, zwei Tiere zusammenzusetzen. Die werden sich zwar erstmal ein kleines bisschen zoffen. Da braucht ihr keine Angst haben. Die diskutieren geradeaus, wer Männlein, wer Weiblein wird. Das heißt, ihr kauft euch zwei kleine Fische von denen hier, setzt die zusammen und nachher, wenn das dann ein harmonierendes Pärchen geworden ist, wunderschön zu sehen, wenn die beiden dann so zusammen durchs Riff schwimmen, sich aus kleinen Gaulerpa-Ästchen ein Nest bauen und so. Machen die wirklich, also wirklich toll zu beobachten, Tiere. Was habe ich denn hier? Ich kann es nicht erkennen, was es sein soll. Also es ist definitiv eine Koralle. Ach, eine kleine Antelia. Also eine kleine Weichkoralle, aber die gerade ein bisschen beleidigt ist. Das sieht wirklich nicht appetitlich aus, aber die ist trotzdem vollkommen in Ordnung. Also je nachdem, welche Koralle ihr kauft, durch den Transport und durch das neue Aquarienwasser, haben die natürlich ein bisschen Stress. Ja, auch eine Koralle kann Stress haben, weil eine Koralle ist ja keine Pflanze, was viele meinen. Eine Koralle ist ja ein richtiges Tier. Durch Wasserwechsel, durch Lichtwechsel, durch Ort, andere Strömungen, all sowas und auch durch den Transport sind die am Anfang ein bisschen gestresst. Das hat dann zur Ursache, dass viele Korallen erstmal sich komplett einziehen und auch mal für mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen, nicht komplett rauskommen wollen. Da braucht ihr euch, klar ist ja individuell, welche Koralle, aber ihr braucht da nicht sofort Angst haben. Oh Gott, die sieht gar nicht mehr gut aus. Gib denen mal ein paar Tage. Auch die müssen sich erst einleben. Kein Grund zur Sorge. So, die Tüten werden größer. Bist du es? Ja, und eine super Größe. Einen Papageifisch habe ich hier. Ich muss ja auch mal was erzählen, nicht einfach nur selber hier. Ein kleinbleibender, riffsicherer Papageifisch. Aber ich sag mal, was hat der? 10, 12 Zentimeter. Also so klein habe ich sie selber auch noch nicht gesehen. Mega schön. Ich wollte den immer mal in ganz klein haben, weil ich finde das immer schöner, die Fische so klein wie möglich zu bekommen und dann selber aufwachsen zu sehen. Also die Größe, hätte ich gewusst, dass die so klein sind, hätte ich zwei, drei Stück bestellt. Also traumhaft. Ist aber auch ein Fisch, ich sag mal 1000 Liter plus, ist da auch absolut vonnöten, weil die halt den ganzen Tag schön durchs Riff schwimmen. Wenn man dann so ein großes Aquarium hat, dann bereichert der jedes Aquarium, weil der eben halt so trotzdem relativ entspannt die ganze Zeit im Aquarium unterwegs ist. Tolles Tier. Wunderschön. Ich werde jetzt noch weiter alleine auspacken, weil die Tiere müssen auch so langsam rein. Und wie gesagt, beim nächsten Mal könnte ich euch ja vielleicht mal zeigen, wie man so Fische richtig eingewöhnt und worauf man achten muss. Also wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Nicht vergessen, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich denke mal nicht bei einem Unboxing, vielleicht mal wieder was anderes. Alles klar, ciao.